Liebe Freunde der Unterwelt, ich möchte euch ganz herzlich zum heutigen VDHK Online-Vortragsreihe begrüßen. Heute darf ich gleich zwei Kurzvorträge ankündigen. Der Ingo Dorsten von der Speleologischen Arbeitsgemeinschaft Hessen wird die Jahrestagung kurz vorstellen. Danach kommen wir zum Vortrag von Andreas Wolf über die Eiskapelle am Königssee. Dann kann ich gleich den Ingo Dorsten bitten, uns kurz die Jahrestagung vorzustellen. Bitteschön Ingo, vielen Dank dir. Ja, herzlichen Dank Bärbel, schönen guten Abend an alle in der Runde. Keine Ahnung wie viele es sind, aber ich gehe mal davon aus, es werden schon einige sein, die uns zuschauen. Ja, ich würde gerne mal ganz kurz die Jahrestagung vorstellen. Wie ist der Stand der Dinge und vor allen Dingen, wo befinden wir uns und wie muss man sich das Tagungszentrum vorstellen. Georg, kannst du mich wieder aktivieren? Das sieht gut aus. Ich würde mal ein Bild beteiligen, Bärbel. Du siehst, was wir sehen. Passt es? Gut, wunderbar. Dann mache ich jetzt, ups. Ah, jetzt. Okay. Okay. Ja, wir haben dieses Jahr eine Besonderheit. Wir haben nicht nur die Jahrestagung des Verbandes der Deutschen Höhlen- und Kastforscher, sondern auch das Euro-Speleo-Forum. Das heißt, es ist eine sehr internationale Tagung. Sie findet statt vom 18. bis 21. Mai diesen Jahres in Breitscheid in Hessen mal wieder. Die letzte Tagung war 2008. Für alle, die die Höhlen-Forscher-Tagung nicht kennen oder auch nicht Höhlen-Forscher sind, ist natürlich die jährliche Hauptversammlung im Rahmen dieser Tagung. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist der Austausch, der wissenschaftliche Austausch, die Diskussionen, Exkursionen und auch die Vorträge. Ja, wo befinden wir uns? Für die, die den Westerwald nicht kennen oder einschätzen können, ziemlich genau in der Mitte Deutschlands. Unweit der A45 zwischen dem Ruhrgebiet und dem Rheingebiet liegt der Westerwald. Und die örtliche Lage ist auch sehr zentral. Wir haben das Glück, dass wir dieses ja eigentlich mitten im Breitscheider-Kast, in diesem schönen devonischen Massenkalk finden lassen, sodass wir die allermeisten Exkursionen sogar zu Fuß erreichen können. Es muss kein Auto bewegt werden. Wir können am Tagungszentrum starten und können die Exkursionen dann in der näheren Umgebung zu Fuß ansteuern. Das Tagungszentrum selber ist eine Kombination aus einer Schule und einer Mehrzweckhalle, wobei die Mehrzweckhalle für den Aufenthalt und das Miteinander und die Vorträge sein wird. Und die Schule selber, dort werden wir die Ausstelle haben. Wir werden die Parkplätze in näherer Umgebung haben und im Großen und Ganzen, genauso wie im Jahr 2008, wer schon mal da war, im Grunde eine sehr gute Infrastruktur für eine solche Tagung. Diese Folie kann sich jeder genauer anschauen, wenn er auf unsere Anmeldeseite geht, die über die Homepages VDHK. Wir haben dort eingetragen auch die Stellplätze. Wir haben vier Wohnmobil-Stellplätze. Wir haben PKB-Stellplätze, nicht ganz so üppig, aber das wird sich im Ort verteilen. Also im Großen und Ganzen hoffen wir, dass wir auch die, die mit dem Wohnmobil anreisen oder auch mit dem Zelt kommen, auch genügend Platz bieten können. Ein paar Sätze zur Anmeldung an sich. Für die, die es noch nicht getan haben, ganz wichtig, meldet euch rechtzeitig an. Ich habe da gleich nochmal eine Folie, wo auch noch ein paar Fristen drauf sind. Aber ihr findet auf der Seite alles. Und wenn ihr diesen Kalender seht, dann kann man mit der Maus selber die einzelnen Bereiche fahren und kann sehen, welche Exkursionen es gibt, welche Vorträge und was verbirgt sich dahinter. Ja, ganz wichtig, wir haben sehr viele Anmeldungen. Wir haben insgesamt 207 Teilnehmer. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir aktuell vor allen Dingen solche haben, die gerne Exkursionen haben wollen. Leider sind alle Exkursionen bereits gebucht. Das ist so ein bisschen der Pferdefuß an dieser Geschichte. Und wie ihr die Zahlen seht, es sind 395 Exkursionsplätze. Was aktuell noch frei ist, sind die Oberflächenexkursionen. Da sind wir auch relativ flexibel, was die Teilnehmeranzahl betrifft. Ich möchte aber jetzt mit dieser Anzahl nicht entmutigen. Erfahrungsgemäß werden immer mal auf so einer Tagung auch Plätze frei. Also informiert euch bitte über die Exkursionen, die ihr gegebenenfalls machen wollt. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, wir müssen planen können, vor allen Dingen fürs Essen. Und wir bitten alle, dass vor allen Dingen wegen der T-Shirts und der Essbestellung ihr euch bis zum 14.04. anmeldet. Jeder, der danach sich anmeldet, dem können wir kein T-Shirt mal garantieren. Und es ist auch nicht sicher, dass wir da entsprechend auch Essen liefern können. Also unser Wunsch an euch alle, meldet euch an. Nochmal ein paar Bilder zum Tagungszentrum. Wir haben hier die Mehrzweckhalle, an der wir uns aufhalten werden. Hoffentlich bei gutem Wetter dann auch in den Außenanlagen auf dem Schulgelände. Hier mal ein Blick. Rechts wäre die Mehrzweckhalle. Wir haben das Schulgelände mit den entsprechenden Räumlichkeiten, die wir nutzen für die Aussteller, für Vorträge und auch für Übernachtungen. Ja, im Großen und Ganzen für uns optimal. Ein Blick auf die Zeltwiese. Auch die ist ziemlich zentral gelegen. Das wird dann der Sportplatz dieser Schule sein. Wir haben verschiedene Parkplätze. Hier mal ein Platz, der am Rathaus ist, der uns zur Verfügung steht für die Wohnmobile. Und einer, der direkt über der Höhle liegt. Also wer Wasserlauf oder die Wasserader unter dem Wohnmobil haben möchte, ist dort genau richtig aufgehoben. 50 Meter Sichtweite bis zum Einstieg in das Erdbach-Höhlen-System. Zur Anreise noch zwei, drei Dinge. Sicherlich werden sehr viele von euch mit dem Pekat reisen. Aber wir haben insbesondere für die, die mit der Bahn kommen, eigentlich auch eine gute Ausgangslage, weil das Tagungszentrum direkt an den Bus angebunden ist. Nun ist es üblicherweise auf dem Land nicht so, dass jede halbe Stunde ein Bus fährt. Das wissen wir. Und deswegen werden wir rechtzeitig kurz vor Tagungsbeginn die Tagungstelefonnummer bekannt geben, dass die Leute, die abgeholt werden müssen, auch einen Shuttle-Service haben. Grundsätzlich bietet sich der Bahnhof Herborn an. Mit dem Intercity-Corp wird zum Bahnhof Dillenburg kommen. Das ist ganz wichtig. Schaut also kurz vorher noch mal drauf. Dann findet ihr eine Kontakttelefonnummer, an der ihr anrufen könnt. Dann holen wir euch gerne ab. Wir haben Neues. Die Veranstaltung wurde oder wir haben von der Deutschen Bahn ein Veranstaltungsticket kommen. Das heißt, zu einem vergünstigten Tarif kann jeder, egal von wo in Deutschland, auch bei kurzfristiger Anmeldung zu diesem Ticket kommen. Wichtig ist, ihr müsst euch dann einen entsprechenden Ausdruck mitnehmen, dass der Nachweis erbracht werden kann, dass ihr zu dieser Tagung fahrt. Es gibt auch ein Mitfahrportal, da möchte ich noch mal drauf hinweisen. Für die, die mit dem Auto kommen, steht natürlich immer die Möglichkeit, auch Leute mitzunehmen. Und da wir ja nur nicht wissen, wer davon bekommt, haben wir im Prinzip über das System die Möglichkeit gegeben, dass Leute sich melden können. Sie können anklicken. Ich wünsche eine Mitfahrgelegenheit oder ich biete eine Mitfahrgelegenheit an. Und dann haben wir die Möglichkeit, über ein System zu schauen, wer liegt wo und auf welcher Strecke könnte denn wer in Frage kommen. Und dann werden die Kontakte nach der Zustimmung ausgetauscht. Also wir hoffen, dass ihr ausreichend davon Gebrauch macht. Nutzt die Mitfahrgelegenheiten für den Klimaschutz, aber natürlich auch ein bisschen für den Geldbeutel. Das ist eigentlich das, was wir machen können, um das Ganze so nachhaltig für mich zu gestalten. Noch ein paar Punkte zu den Exkursionen. Wir haben insgesamt 63 Exkursionen ausgearbeitet, die aber nicht alle in Breitscheid sind. Wir bieten Exkursionen in anderen Devonen-Massenkalkgebieten, beispielsweise in der Umgebung von Limburg. Sehr interessante Höhlen, hypogen entstandene Höhlen mit ganz tollen Formen. Wir haben Oberflexenexkursionen und Höhlenexkursionen, und eine bunte Mischung. Wichtig, und das ist das, was wir immer wieder feststellen bei Tagung, schaut euch bitte die Exkursionsbeschreibung genau an. Ist sie für euch zutreffend? Entspricht sie eurer körperlichen Kondition? Vor allen Dingen zum Herbstlabyrinth muss man sagen, das ist keine einfache Höhle. Sie ist sehr anstrengend. Es sind sehr lange Touren. Und wir haben, um das Ganze auch noch mal näher zu beschreiben, hinter den Exkursionslisten Kurzfilme hinterlegt, auf denen man wirklich erkennt, wie so die Schlüsselstellen sind. Also nehmt bitte die Angaben ernst. Ich habe gerade gesagt, aktuell sind alle Höhlenexkursionen leider schon ausgebucht, aber es sind Alternativen vorhanden. Für Selbstexkursionen, also für Leute, die entsprechend sich ein eigenes Programm gestalten wollen, gibt es ganz viele Möglichkeiten. Es gibt Bergwerke, es gibt andere Höhlengebiete, die im Umkreis von einer halben Stunde Fahrt sehr leicht zu erreichen sind. Jetzt gucken wir mal, ob das klappt. Meistens klappt es nicht. Ich will mal einen Film ganz kurz vorspielen gleich. Und zwar einen, den wir zum Erdbachhöhlensystem gemacht haben, zu der Schwinde C, dass ihr einen Eindruck bekommt. Ich schaue mal, ob es funktioniert. Wie es dann bei euch ankommt, weiß ich nicht. Ich schaue mal. Vielen Dank. 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 Soll es das gewesen sein? Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf eine schöne Tagung. Hoffen, dass alles gut geht und dass ihr euch rechtzeitig habt, damit wir weiterhin gut planen können. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank, Ingo. Vielen Dank, Ingo. Ob du dazu noch was sagen möchtest. Ansonsten guckt euch einfach das Programm an. Da sind die einzelnen aufgelistet. Ja, ich kann es gar nicht aktuell aus dem Kopf sagen. Wir haben einige interessante Workshops, die sich mit verschiedensten Themen befassen. Von der Nachhaltigkeit, über Rettung, Seiltraining und so weiter. Aber schaut nach an verschiedenen Tagen und meldet euch auch gerne dafür an. Ja, tausend Dank, lieber Ingo. Super gemacht. Wir freuen uns alle zu feiern in Breitscheid. Sehr gerne. Dann freue ich mich auf den Andreas Wolf. Der ist heute sozusagen inkognito da. Der hat ein Problem mit seiner Kamera. Von daher können wir ihn aber auf jeden Fall ausgezeichnet hören. Andreas ist bereits seit 2004 im VDHK-Vorstand und hat auch die Gründung des Karstinstituts begleitet. Und sein Steckenpferd ist die Eiskapelle, die betreut er seit über 30 Jahren. Und darüber wird er heute berichten. Vielen Dank, Andreas, dass du dich heute bereit erklärt hast, über die Eiskapelle zu referieren. Du hast das Wort. Wir freuen uns. Vielen Dank. Hallo, Bärbel. Erstmal recht herzlichen Dank für die einleitenden Worte. Ich hoffe, ihr versteht mich alle. Ich darf euch heute über die Eiskapelle an der Watzmann-Ostwand referieren. Wir haben ja seit Anfang der 90er Jahre da begonnen zu arbeiten. Und über diese mehr als 30 Jahren interdisziplinäre Arbeit und Forschung möchte ich euch ganz kurz mal berichten. Wo sind wir? Wir sind im Nationalpark Berchtesgaden, auf dem südöstlichsten Bereich Deutschlands. Der Blick vom Jänner auf den Watzmann. Unter uns liegt der Königssee, von rechts nach links, von Norden nach Süden gelegen. Und in der großen Halbinsel St. Bartolomeo geht dann der Wanderweg hinter. Und das ist dann der Zugang zur Watzmann-Ostwand. Die traditionelle Schifffahrt sollte jeder mal gemacht haben. Man kann ja mit Seenschifffahrt, mit Echo über den See fahren. Das ist eigentlich schon sehr empfehlen. Das ist einer der schönsten Seen und Landschaften Deutschlands. Und sollte jeder auch unbedingt mal gemacht haben. Wir fahren seit mehreren Jahren. Wir werden immer vom Park rüber gefahren. Das ist zwar eine Aufnahme von 2007. Das ist schon ein paar Jährchen her. Aber nachdem wir immer einen Haufen Messgeräte, Ausrüstung und Zeug dabei haben, ist es immer notwendig, dass wir da mit der Nationalpark Schifffahrt rübergebracht werden. Ausgangspunkt ist natürlich St. Bartolomeo, traditioneller Wahlfahrtsort und eine beglebte Ausflugsecke. Da geht immer ziemlich viel los. Aber man sieht es hier sehr schön. Man kann von dort aus in einer guten Stunde die 400, 500 Höhenmeter aufsteigen. Und man erreicht dann nach gut 1,5 Stunden am Fuße des Watzmanns in diesem Kar den dreieckigen Schneefirn-Eisflecken der Eiskapelle. Was ist die Eiskapelle? Die Eiskapelle ist im Endeffekt eine Ansammlung von 4 Schnee-Eis, was sich im Frühjahr aus der Watzmann-Ostwand in die Tiefe stürzt, sammelt. Das ist sozusagen so ein trichterförmiger Sammelbecken. Es gibt zwei Eiskapellen. Es gibt die kleine, die ein bisschen nordöstlich liegt. Und es gibt die große, die im West-Ost-Richtung im Eisbachtal ausgebildet ist. Das ist eine Aufnahme von 1994. Euch mal ein bisschen auch Gefühl zu geben, wo das ganze Nähe oder Einzugsgebiet ist. Wir haben natürlich hier keinen Gletscher. Das ist der große Unterschied. Es ist zwar sehr viel Eis, Schnee und Firn, aber wir haben keine klassischen Merkmale, die einen Gletscher darstellen. Also wir haben keine Bewegung, es ist nur ein Sammelbecken. Und das Wetter kommt von der Westseite. Diese genannten Atlantiktiefs kommen dann vom Westen nach Osten. Und dann ist dann nach Norden, nach Süden der Watzmann-Grad. Und wenn vom Westen der Wind dann den Niederschlag an der Ostseite niederbringt, dann fällt der dann als Lawinenmassen in die Tiefe und sammelt sich dann teilweise recht spektakulär in den Talbereichen des Eisbachtales. Das ist mal so eine Aufnahme von 2019. Da hat es auch mal wieder ein bisschen Schnee gehabt. Das ist zurzeit das eine ganz so. Selbstverständlich. Wir haben uns das auch mal angeschaut. Letztes Jahr, wie das ausschaut, noch über Ostern. Also da sieht man dann schon, wenn der ganze Schnee dann so betonartig in so riesigen Lawinien dann den ganzen Täler alles zuschüttet und illegalisiert. Alles bombenfester, Beton. Also wenn man da in so eine Lawinie reinkommt, kann man sich ja vorstellen, beim Skifahren, wenn man da mal Skitür und die in eine Lawinie reinkommt, da hast du echt Schwierigkeiten rauszukommen. Ja, wie funktioniert das Ganze mit der Eiskapelle im Frühjahr? Das ist so eine schöne schematische Darstellung. Das Vierneisfeld ist natürlich komplett mit den Abgängen der Lawinen, mit diesem Lawinenschnee überdeckt. Ist wie im Endeffekt eine Wurststamm, wo dann auch die Höhle, dieses Eisfeld, das ist eigentlich der Hintergrund, warum wir Höhlenforscher auf das Objekt aufmerksam geworden sind, wird das dann mit Eismassen gefüllt. Und im Frühjahr läuft natürlich dann ein warmes Wasser rein, schmilzt den ersten Schnee und Eis weg. Und es wird natürlich dann gefördert mit einem Ausschmelzprozess mit Wind und es kann dann teilweise dann so relativ großen Gangformationen und Gangpassagen ausschmelzen. Schauen wir uns noch ein bisschen mal die Historie an. Die Eiskapelle oder der Bereich war ja auch schon vor fast über 200 Jahren, ist der topografisch aufgenommen worden. Da war die Eiskapelle mit dem Hintereis noch eine Fläche. Es war sehr, sehr dünn verbunden, aber sie ist damals 1819 so dokumentiert worden. Auch die Eiskapelle an sich ist relativ groß gewesen. Aber wenn man da ein bisschen in die nähere Zukunft kommt, so 1888 gab es noch mal eine Aufnahme von Waldenberger, ist die Eiskapelle mit dem Hintereis nicht mehr verbunden, schon getrennt. Und die Bayerische Akademie der Wissenschaften, die Gleziologische Abteilung, hat dann lange Jahre, 1953, 1961 und 1973, die Eiskapelle noch fotogrammetisch aufgemessen, ausgewertet und bestimmt. Aber nachdem es sich daher auch um keinen Gletscher handelte, ist dann 1973 die Bayerische Akademie, die die Arbeiten dann damals an die Technische Universität München immer verlagert hat, beendet worden. Ja, dazwischen, zwischen 1973 und 1994 ist im Endeffekt nur eins passiert, dass 1888, 1989 gab es einen ersten Unfall an der Eiskapelle. Da ist eine Schulklasse verschüttet worden. Und durch diesen Unfall wurden dann die Höhlenforscher auf dieses spleologische Objekt in diesem Eisfeld aufmerksam. Und seit 1888, 1989 wird die Höhle regelmäßig in den Herbst- und Wintermonaten besucht und vermessen. Wir haben 1994 in einer größeren Messkampagne für eine Diplomarbeit uns da mehrere Wochen aufgehalten. Da war der Referent auch noch ein bisschen jünger. Auch dieses Bild hat gewissen historischen Seltenheitswert. Es war nicht wahnsinnig toll und wahnsinnig scharf, aber wenn man genau hinschaut, in der Mitte sitzt die Bärbel, unsere Vorsitzende. Und die hat uns damals auch schon tatkräftig bei der Feldarbeit unterstützt. Ja, die damalige Zeit war natürlich noch nicht digital geprägt. Es ist zwar jetzt keine, oder nicht ganz 30 Jahre her, es hatte da verdammt viel getan. Wir haben damals noch mit BRT 006 für Entmehrungsmessungen und Strecken- und Winkelmessungen gearbeitet. Das untere Bild rechts, wo man hier das Stativ sieht, war das erste Mal, dass wir damals mit einem Disto gearbeitet haben. Das war das erste Disto, wo damals von Leica auf den Markt kam. Wir haben das damals vorab von der TU München dann ausgeliehen bekommen und konnten das dann testen. Aber das Teil war halt nicht so wie heute handlich, so 10 cm auf 15 cm klein, sondern war so groß wie ein DIN A5 großer Kasten. Da musste man abends immer ein Ressort sperren. Also das war noch alles relativ neue Technik. Heute ist das ja alles miniatisiert und viel, viel handlicher zu nutzen. Was ist damals rausgekommen? 1994 ist eine schöne Karte entstanden, wo die ganze Oberfläche eingemessen worden sind, auch mit der kleinen untergroßen Eiskapelle. Und wir haben dann auch parallel dazu Untertage die ganzen Höhlen oder die ganzen Gangpassagen mit aufgenommen. Das hatte dann eine Gesamtlänge von über 440 Metern. Und war das erste Mal, wo im Endeffekt die Eiskapelle jetzt unten wie oben dokumentiert wurde. Unser Problem war natürlich diese Randkluft. Da war man natürlich schwierig. Das haben wir dann mit dem BRT 006 aufgemessen. Da gab es kein Disto. Und auch der hintere Bereich, da an der Randkluft, das musste damals nur, weil es sehr, sehr gefährlich war, mir konnten da kein Theo reinbringen, das musste dann nur skizziert werden. Bis 2007 ist erst einmal an der Oberfläche nicht viel passiert. Die Technik hat sich aber in der Zeit dann rasant geändert. Das ist der erste portable, mobile Laserscanner, der damals auf dem Markt war. Der wog so 18 Kilo. Also wie gesagt, nur das Gerät. Hier rechts in dieser blauen Plastiktüte sind die zwei großen Batterien versteckt. Und damit das Ganze erfunktioniert, hat man noch ein Laptop mitnehmen müssen. Und da hat man auch eine Kiste dazu gebraucht, um auch bei dem starken Sonnenlicht den Laptop bedienen zu können. Und auch der Laptop brauchte noch eine externe Batterie. Also das war alles sehr, sehr aufwendig, das alles dahinter zu tragen. Aber das war das erste Mal, als wir da begonnen haben zu scannen, um da entsprechend höhere Genauigkeiten zu erreichen. Und das konnte dann in Jahren fortgeführt werden. Das ist schon ein Zeitensprung innerhalb der sieben Jahre. 2014 ist eben ein Faro-Gerät. Das ist eine Größe, also ein kleiner Aktenkoffer, relativ leicht. Da ist auch Batterie, Steuereinheit und Speichereinheit integriert und kann viel, viel schneller messen als der damalige Laserscanner 2007 von Leica. Wir haben dann 2016 auch begonnen, mit Drohnen zu arbeiten. Wir sehen die Eiskapelle, leider schon ein bisschen jämmerlichen Zustand. Sie ist hier auf der Südseite schon zur Hälfte gesprengt, geteilt. Und auf der Nordseite hat sich dann auch schon ein zweiter großer Riss abgezeichnet. Und auch die Randklüfte sind immer größer geworden. Und das zeigt einfach, dass das Eisfeld sich da den Jahren extrem reduziert hat. Wir haben 2016 schon mal unser 25-Jähriges gehabt. Wir sind immer am Ende September in der Eiskapelle. Wenn jemand Lust hat, kann er jederzeit gern mitgehen. Den Termin dazu werde ich am Ende des Vortrags noch einblenden. Teilweise kommen da bis zu 40, 50 Leute, interessiert aus der Höhlenforschung, bekannte Freunde. Also da kann jeder gern mitkommen. Ist eine schöne Tour im Herbst. Und wir verbinden das immer, dass wir mit der Hochschule dann meistens immer in der Zeit dann auch eine Abschlussarbeit machen, wie 2017, wo wir es heuer hinkriegen, wissen wir nicht. Wir haben es wieder mal in Planung. Und das ist auch landschaftlich dann sehr schön um die Zeit und kann auch jedem nur empfehlen, um die Zeit, wo relativ wenig Wanderer und Tourismus herrscht, sich das Eisbachtal anzuschauen. Ja, hier sehen wir ein bisschen neuere Technik. Das war 2017. Das ist der erste Theodolit, der über eine App gesteuert wird. Da kann man gar nicht mehr durchschauen. Da hat man hier rechts dann so ein Laptop, so ein Tablet, wo man von da aus dann den Theo steuert, hat natürlich auch den Charme. Man kann dann sofort sehen, was man da misst. Früher hat man es immer alles aufschreiben müssen oder auch vielleicht schon in den 90er Jahren digital speichern können. Aber die Auswertung hat natürlich erst im Labor oder in der Hochschule. Heute geht das alles online oder beziehungsweise im Feld schon. Da kann man das gleich auf grobe Fehler untersuchen und gleich mal schauen, was Sache ist. 2018 haben wir mit den Karlsruher Kollegen in Kooperation mal gemessen. Das war eine Aktion, die hatten dann einen größeren Scanner dabei. Aber im Endeffekt war ja das Ergebnis das Gleiche. Und 2019 hatten wir auch eine Arbeit, wo wir mit ganz normalen handelsüblichen Kameras gearbeitet haben, über fotogrammetrische Auswertemethoden im Vergleich zu scannen. Das war eine sehr interessante Arbeit. Da werden wir nachher auch noch ein paar Bilder dazu sehen von den Auswertungen. Und 2019 haben wir dann begonnen, auch regelmäßig zu befliegen. Wir haben 16 schon geflogen, aber nicht gemessen. 2019 haben wir das erste Mal geflogen mit einer Messkamera an Bord. Das ist das kleine Teil da unten. Und das ist deswegen auch interessant oder wichtig, dass ich euch das betone. Fliegen mit Drohnen im Nationalpark ist erstmal grundsätzlich verboten. Und den Aufwand, um eine Genehmigung zu bekommen, ist relativ hoch. Die Woche wird auch streng kontrolliert. Also da hat uns auch dann ein Ranger und ein Förster dann eine Zeit lang begleiten müssen, um die Richtigkeit unseres aktiven Beobachtungen mit den Drohnen zu überwachen, beziehungsweise ob das zur richtigen Zeit, weil wir mussten genau die Zeitkorridore angeben, dass da keiner gestört wird. Ist ein bisschen ein Aufwand, aber wie gesagt, mit Drohnen kann man sehr gut arbeiten, kann man innerhalb vom Tag das ganze Eisfeld innerhalb von kurzer Zeit maximal einer Stunde aufnehmen und hat eine sehr, sehr hohe Genauigkeitsklasse. 2020 war ja das erste Corona-Jahr, da haben wir leider keine Messungen gemacht. Wir waren zwar mal hinten, um die Höhle zu vermessen, da hat uns der Park da mal unter der Woche mal hintergefahren. Aber 2021 wurde dann auch geflogen, aber unser wichtigstes Ziel war 2021, die ganzen Koordinatensysteme vom Krauss-Küger-Koordinatensystem in die UTM-Koordinaten überzuführen. Da hatten wir eine relativ große GPS-Messkampagne. Das Tal ist sehr tief eingeschnitten, war ein bisschen ein Problem, wie sagt man, aufgrund der Abschattung in Signale von den Satelliten zu bekommen, aber wir haben es dann mehrtäglich beobachtet und konnten dann auch vernünftige Messergebnisse generieren, die vernünftige Toleranzen auswiesen. Letztes Jahr sind wir auch wieder geflogen. Das war ein Teil der Arbeit, aber der zweite Teil der Arbeit war, wir sind mit einem Handscanner in der Höhle unterwegs gewesen. Da tut sich auch eine ganze Menge. Man hat dann sozusagen den Hauptgang mit diesem Handscanner. Die Person, wo zu sehen ist, die läuft da sozusagen rein und auch wieder raus und muss dann von einem Ausgangspunkt dann wieder zurückkommen, sozusagen geschlossenen Zugmessen im Gehen und aus diesen Messdaten wird dann ein Geländemodell generiert und das schaut relativ spannend aus. Werden wir uns nachher noch anschauen. Das ist eine neue Technik. Ich behaupte, wir werden wahrscheinlich in fünf bis zehn Jahren jeder Höhlenforscher am Helm so eine kleine Box haben, wo dann unser Weg in die Höhle dann mitgescannt wird. Und aus diesem Datenmaterial, die dann generiert werden, kann dann relativ einfach das in ein Geländemodell, sprich in den Höhlengang, umgesetzt werden. Und daraus können dann auch Höhlenpläne gezeichnet werden. Aber wie gesagt, das ist alles nur Zukunftsmusik. Gehen wir mal zurück unter den Untertage-Geschichten. Wie gesagt, die ersten Messkampagnen begannen schon in den 80er Jahren. Seit 1991 haben wir es dann regelmäßig, machen wir es regelmäßig bis dato. Es gibt da auch starke Veränderungen von den Eingängen. Ich werde mal so ein bisschen so spezielle Features euch mal so zeigen, Merkmale, wo sich die Höhle immer stark ändert. Zum Beispiel wie hier der Eingang. Hat 1988 relativ mannshoch ausgeschaut. War jetzt nichts Spektakuläres. Das kann sich aber ein Jahr später sehr stark ändern. Also 1989, da hat man schon mal das erste Mal eine Gangbreite von fast 30 Metern. Also das ist nichts Ungewöhnliches. Ist 1991 dann wieder kleiner geworden. 2003 war unser sogenannter erster Jahrhundertsommer, wo es sehr, sehr heiß war. Das hat natürlich auch dem Eisfeld sehr stark. gelitten unter dieser Wärmeeinstrahlung und hat da sehr viel weggeschmolzen. Wir waren der Meinung, naja, das war mal so ein Ausreißer. Aber wir werden sehen, gut 2004 war es dann relativ moderat in der Höhe. 2007 war man relativ spät erst im Jahr. Da war ja auch die Tagung in der Ramsau. Da hat es uns dann im Winter noch erreicht. Da sind wir dann ein bisschen zu spät hinter. Und 2008 war dann schon relativ groß der Eingang. 2009 hat man mal den Running Gag, da sogar mal ein Nebel aus der Höhle kam. Da war die Wetterlage umgekehrt. Da hat es dann oben die warme Luft reingedrückt und die ist dann unten aus dem Höhleneingang rausgekommen. Also das war mal eine Besonderheit. Ja, 2010, das war dann so eine Zeit, wo dann auch der Klimawandel immer mehr zugeschlagen hat. Da sind die Höhleneingänge immer größer geworden. An der Eiskapelle, sehr, sehr markant, 2011, 14, 17 hat es wieder ein bisschen mal kleiner geworden. Und 2018 gab es auch wieder diesen zweiten sogenannten Jahrhundertsommer, wie die Meteorologen uns immer bezeichnet haben. Aber es war dann so ein mittelgroßer Eingang. Und 2019 war dann die große Überraschung, dass das Eisfeld sogar wieder an Masse zugenommen hat. Wir hatten dann fast wieder den Eisstand wie von 1994. Aber man muss ganz klar sagen, die letzten drei Jahre, 2020, 2021 und auch gerade jetzt hier das 22er-Jahr hat der Eisfläche brutalst wieder an Massen abschmelzen lassen. Und mal schauen, wie das dann in diesem Winter ausschauen wird. Es hat auch heuer so gut wie keine Niederschläge im Berchtesgaden gegeben oder sehr, sehr wenige. Vielleicht gibt es ja Ostern nochmal den großen Nachschlag. Das ist ein bisschen unsere große Hoffnung. Aber wenn da jetzt nichts kommt, dann wird die Eiskapelle im wahrsten Sinne des Wortes davonschwimmen. Schauen wir uns mal ganz kurz, wie das unter Tage ausschaut. Das war 1988 der große Hauptgang, fast so ein U-Bahn-Tunnelgroßer Hauptgang. Da kann man schön reinlaufen. Es gibt auch Zeiten, wo er dann zwar breit ist, aber nicht ganz so hoch. Wenn man Glück hat, kann man hinten an der Ostwand dann aus der Randspalte Kluft in die Ostwand reinschauen. Das ist wahrscheinlich einer der unsichersten Bereiche in der Eiskapelle, weil da halt sich alles sammelt, was aus der Watzmann-Ostwand hinunterfällt und dann an dem, ja, an dem trichterförmigen Punkt, am tiefsten Punkt dann sammelt und dann hier in dieser Halle, wo die Person da steht, dann in den Boden reindonnert. Wir haben das auch mal erleben dürfen, 1994, wo wir hier die Stative aufgebaut haben, war dieses Eisfeld, oder dieser Schneekegel, wie auch immer noch nicht auf dem Bild. Da hat es irgendwie mal einen riesen Schepperer getan. Es hat dann so geklungen, als wäre eine U-Bahn auf uns zukommt, weil es die Lawine, die von oben reingestürzt ist. Und ein paar Minuten später war dann dieser große Kegel an Schneemassen im Bodenbereich des Ganges. Und das war dann schon beeindruckend mal zu erleben, wenn dann so ein Eisfeld zum Trönen und Scheppern anfängt. Ja, das geht Jahre später. Was natürlich immer toll ist, Eiskapelle sind diese schönen Hachlformen. Die Gänge sind groß, leider sehr tropfwasserbehaftet. Deswegen gehen wir einmal sehr, sehr spät, auch einmal im Oktober in die Höhle, um da so gut wie möglich relativ trocken durchzukommen. Aber die Veränderungen, nicht nur an der Oberfläche, haben natürlich unter Tage auch Veränderungen aufgezeigt. Also dieser Hauptgang, der eher in der Mitte immer von dem Talbereich war, dem Eisfeld, ist immer mehr nach Norden gerutscht, immer mehr in die Randkuftel rein. Auch die Seitengänge sind verschiedener Art ausgeprägt. Wir haben ja zwei Nordgänge und einen Südengang. Und der eine Südgang ist relativ groß in manchen Jahren. Der war so bis 2010 relativ groß, immer zum Durchlaufen. Hat sie aber leider dann, schon mal 1994 war er sehr klein und die letzten Jahre bis vor zwei, drei Jahren waren er überhaupt nicht existent. Und seit zwei, drei Jahren schmilzt er wieder so aus, dass man auch wieder durchlaufen kann. Das ist ein Bild von 2001. Da gab es damals eine relativ große Halle in der Randkluftbereich. Der war, wie gesagt, gut 10, 10, 15 Jahren nicht zugänglich, weil einfach diese Gangpassagen, die da zuführen, nicht groß genug waren, dass ein Mensch durchkam. Soll aber nicht heißen, dass das nicht existiert wird. Was natürlich ein tolles Feature ist in der Eiskapelle, sind auch diese Fließfacetten. Wenn das Licht passt, ist das sehr schön, sehr schön blau. Macht Spaß anzuschauen. In diesen Fließfacetten sieht man dann auch teilweise schöne Eisstriemungen. Die waren bis 2007 relativ oft zu sehen. Das ist auch das schwarze, ist ein wirklich schönes, richtiges, klassisches Eis. Wir haben in den Jahren bis 2021 kein Eis mehr gehabt. Und seit 2021 konnten wir auch wieder in diesen gängen Eisformen, die richtig gepresst waren und auch durchsichtig teilweise beobachten. Es war natürlich die lange Frage für uns, gibt es auch im Eis Gangpassagen? Weil es ist nicht gesagt, dass nur an der Kontaktzone Fels-Eis sich was freischmilzt. Gibt es eventuell auch im Eis selber Gangpassagen? Wir kennen ja die Geschichten vom Alletsch- und Gornergletscher, wo ja in den 80er, 90er Jahren große Gangpassagen in Gletschereis vorgefunden wurde. Wir haben ja auch einige Indizien gehabt, dass es ein sogenanntes Höhlensystem gibt, wo Wasser durchfließt. Aber wir haben bis dato natürlich nirgends irgendwie Gänge gefunden, die uns weiter in den Eiskörper vordringen lassen. Es gibt aber alle paar Jahre schmilzt dann so eine Gletschermühle aus, die dann durch den Eiskörper sich bis zu den Hauptkrank durcharbeitet. War wir 2001 das erste Mal dort. Wir haben es aber in der Literatur beschrieben bekommen, auch schon im 17. und 18. Jahrhundert ist das bekannt. Wurde aber hauptsächlich in der Jagdliteratur erwähnt, weil halt damals dann immer Gämsen, die geschossen wurden, sind teilweise verschwanden. Und ja, Gämsen haben wir jetzt hier nicht mehr so viele, aber hin und wieder mal gibt es so einen Eisschacht. Das ist eine lustige Geschichte, da abzuseilen. Leider geht es da links und rechts nicht weiter. Man kommt am Hauptgang raus. Aber wenn es wieder mal möglich ist, werden wir da wieder mal reinfahren. So schaut es da von unten aus. Relativ unspektakulär, aber passiert alle paar Jahre. Ja, was macht die Eismächtigkeit? Das ist natürlich ein wichtiges Thema. Das war 1994. Ich habe jetzt mal so ein paar vergleichende Bilder mal zusammengestellt. Da ist ja die Eismassen erfasst, bis zu der oberen Rand dieser Moräne hochgereicht. 2007, gut 13 Jahre später, ist das alles weg. Also man sieht hier schon, das waren gute 10 Meter in der Zwischenzeit. Also das geht relativ schnell. 2014 ist es der Neuerbärmliche. Da war, wie gesagt, es ist sehr weit hinten. Und da ungefähr, wo der Cursor ist, war damals dann 2014 der Eisbereich. Wir werden es nahe nach den Darstellungen der Pläne sehen. Und das hat natürlich auch dann einen direkten Bereich, wo das sogenannte Herz der Eiskapelle ist. Wahnsinnig viel Eis hier weggeschmolzen. Also der ganze Bereich war hier in den 90er Jahren komplett gefüllt und konnte ja ohne Spalten relativ einfach betreten werden. Ja, nochmal hier von der Südseite, wie das alles hier da weggeschmolzen ist. Das war jetzt 2016. Da hat sich dann so ab 10. 2016 dann begonnen, dieser ganze Hang zu bewegen. Der ist dann entfestigt. Da ist das Wiederlager des Eises verschwunden. Und dieser ganzen Moränen-Schutt hat sich dann auf die Eiskapelle runtergeschoben und drückt dann plastisch sehr stark in den Eiskörper ein. Das ist auch einer der Gründe, warum dieser Hauptgang, der von uns jetzt da in Blickrichtung nach oben geht, immer mehr von uns aus, die nach rechts verschoben wird. Ja, hier sieht man es auch nochmal. 2017 ist immer weniger. Der Fels wird immer weißer. Also es ist der Bereich, wo er nicht mehr vom Eis bedeckt ist. Und dann kam halt die Überraschung 2019. Da gab es dann Ostern noch einen großen Niederschlag von Eisen- und Schneemassen im Spätwinter. Und der hat das dann relativ gut befüllt, nochmal diesen Eisgraben. Und da gab es nochmal einen entsprechenden Zuwachs. Aber war leider 2021. Und das 2021 war, wie gesagt, wieder ein ganz schlechtes Jahr, wo das alles wieder abgeschmolzen ist. Die Randkluft selber hat uns natürlich auch lange Zeit beschäftigt, ob es natürlich zwischen Randkluft im Fels reingeht oder auch im Eis Fortsetzungen für Hüllen gibt. Wir haben auch da mal eine Aktion gemacht 2002, wo wir uns hinten abgeseilt haben. Das ist natürlich genau der Bereich, wo alles so kolarartig alles aus der Eiskapelle von oben schießt. War jetzt eine ganz ungefährliche Aktion. Kann ich es auch nicht unbedingt empfehlen. Auch der Bereich, wo die Person zu sitzen sieht oder auch diese überkragenden, auskragenden Bereiche haben die letzten Jahre. Ich habe den ein bisschen abgespeckt, den Vortrag. Ich habe jetzt auch nicht auf die Unfälle eingegangen. Aber es gab genau gerade in diesen Bereichen, wo die Randklufte sind in den letzten Jahren schwerwiegend die Unfälle, wo es auch mehrere Tote gaben, auch Schwerstverletze. Weil einfach in dem Moment, wo die Leute dann an dem höchsten, erkragendsten Punkt standen, das statische System versagte und dann die Leute dann mit den Eismasken in der Randkluft hinabgerissen wurden. Das ist mal so ein Blick von oben nach unten in die Randkluft rein. Da schießen die Steine rein und die Felsblocken und wie auch immer. Also ist nicht gerade unbedingt der Bereich, wo man sich gerne und lang aufhält. Ja, die Handbewegung habe ich kurz schon mal angesprochen. Die haben jetzt mir auch immer mehr auf dem Sender. Man kann halt einfach sehr schön was das machen, wenn das Eis oder Parmafrost sich aus den Alpen zurückzieht. Eine völlige Entfestigung der Moränen-Bereiche. Wir sehen da hinten so eine Person als Größenvergleich. Es sind richtig große Blöcke, die hier ins Gleiten kommen. Auch in diesem Bereich ist da relativ viel Tourismus unterwegs. Also Eiskapelle ist im Internet, kommen weltweite Leute und da gibt es ja regelmäßige Unfälle, wo dann teilweise an den Blöcken dann die Abgleiten eingequetscht oder blockiert werden und dann teilweise dann recht aufwendig wieder befreit oder gerettet werden müssen. Jetzt nochmal ein Blick vom Eisfeld selber. Das wird natürlich durch die Niederschlagsereignisse auch beschleunigt, dass diese Hangbewegungen starten und die Gleitprozesse entsprechend fördern. Wir haben das auch teilweise mal versucht, auch von unserem Netz, wir haben ein geodätisches Netz angelegt um die Eiskapelle und wir haben dann bis zu teilweise 20 Zentimeter Bewegungen. Da, wo der Teodolid ist, da ist eine Eisenstange, die ist so eine gute 1,20 Meter tief in den Boden eingeschlagen und da, wo dieser Stativ mit der Person aufgestandet ist, hat sich die ganze Moräne gut 20 Zentimeter nach unten bewegt. Ja, was machen diese ganzen Auswertungen? Das ist mal zu zeigen, was auch mit Scannern möglich ist. Das ist jetzt so das ganze gerippte Oberflächenbereich mit einem Teodolid einfach mal so als Größenvergleich versehen. Man kann natürlich aus diesen ganzen Daten Geländemodelle erzeugen, die dann auch farblich eingefärbt werden, um die Sache auch plastischer darstellen zu lassen. Diese Aufnahme ist jetzt aus den Bildpaaren oder aus der großen Anzahl von Fotos entstanden, die in der fotogrammetrischen Auswertung der Nicht-Profit-Kamera einfach aus der Hand geschossen worden sind. Wir haben hier natürlich ganz andere Genauigkeitsklassen als beim Scanner. Beim Scanner sind wir noch im Millimeter-Zentimeter-Bereich. Wir haben hier natürlich bei der Non-Profit-Kamera-Auswertung sind wir hier im Meter-Bereich noch. Aber auch das wird sich langfristig verbessern mit den Qualitäten, mit einfachsten Möglichkeiten, doch aus diesen Daten hohe Genauigkeiten und Informationen raushöhlen zu können. Mal ein ganz kurzer Vergleich, was so die letzten Jahrzehnte der Aufwand ist. Also wie gesagt, 53 war man mit der terrestrischen Kamera Finsterwalder beschäftigt. Das war eine klassische fotogrammetrische Kamera. Das gibt es heute gar nicht mehr so zum Kaufen, bis damals, aber damals, das ist ein OnePlus Ultra in der Messtechnik, das ist eine riesen Plattenkamera gewesen. Die war so groß, die hat so 30 auf 30 Zentimeter Format gehabt und war so ungefähr 40 Zentimeter hoch. Gab es eine eigene Trägerkolonne, um diese Kamera da hochzutragen. Man Plattenkameras war sehr aufwendig, aber mit denen konnte man einfach danach dann über die fotogrammetrische Auswertung Geländekarten erzählen. 94, nur so als Beispiel, waren wir damals gute zwei Wochen unterwegs, klassisch Methiolid und Lotstab. Später dann auch dann mit einem Scanner 2007 hat es dann nur noch drei Tage gedauert und seit 2014, wenn wir regelmäßig oben sind, braucht man immer so gute zwei Tage beim Scannen, weil wir einfach noch das komplette geodetische Netz mit einmessen, weil sich das ja dauernd auch durch die natürlichen Veränderungen auch dann verschiebt, um das mal auszugleichen. Und was natürlich schon eine große Hilfe ist, halt mit der Befliegung, die Befliegung selber dauert nur eine Stunde, also mit einer Tagesaktion geht das relativ einfach, wenn die ganzen Messmarken ausgelegt sind. Und für die Untertageaufnahme, grundsätzlich, das geht halt mit dem Tisto in einem Tag, wir haben ein fest installiertes Beobachtungsnetz von Punkten unter Tage und an die hängen wir uns rein und können dann vielleicht in zwei Stunden, drei Stunden die Untertageaufnahme durchführen. Das ist mal so ganz kurz, was so die letzten, ja, das sind schon fast 70 Jahre an Geländeaufnahmen getätigt worden sind in der Eiskapelle, das sind über neun Messepochen, schaut also ein bisschen sehr verwirrend aus, das ist alles mal so übereinandergelegt. Wir haben das mal ein bisschen entflechtet, das ist ja auch immer das Problem mit zu vielen Daten, das muss auch entsprechend generalisiert werden. Man sieht sehr schön, 83 hatten wir noch fast 67.000 Quadratmeter Eisfläche, das ist dann schon auf 34.094 zurückgegangen und 2017 hatten wir auch nur noch 12.000 Quadratmeter. Das hat sich aber dann von 17 bis 19 auch wieder geändert, sind wir von 12.000 wieder auf fast 38.000 Quadratmeter. Flächenzuwachs konnte beobachtet werden und so schaut das dann im klassischen West-Ost-Schnitt aus, diese grün, die blau schraffierte Fläche ist das, was 2019 war und das kleinste, das was man hier so sieht, das war 2017, also das kann sich schon sehr, sehr massiv verändern in den Dimensionen. Das ist nochmal so ein Nord-Süd-Schnitt, wie sich das dann so ändert. Also das ist dann schon, wie gesagt, das 2019 und 1994 war fast identisch. Ja, gehen wir mal in die Flächenstatistik. Diese Kurve, die endet natürlich 2019. Wir haben 2021, 2022 zwei Messkampagnen gemacht. Seit 2021 haben wir auch zwei Studenten, die gerade in der Auswertung sind. Die werden uns dann auch Ende April ihre Ergebnisse präsentieren. Also ich kann euch leider derzeit noch keine aktuellen Daten nennen. Ich kann euch nur aufgrund der Bilder darlegen, dass die Eismassen natürlich massiv zurückgegangen und zurückgeschmolzen sind. Aber wo jetzt genau die Zahl hingeht, weiß ich nicht. Wir haben es aber auch mal versucht, so mit ausgleichenden Geraden zu berechnen über Stochastik. Also wenn man das so weitergeht, dann wird so zwischen 25 und 30 Jahren eventuell dann die Eisfläche dann komplett weg sein. Aber das ist natürlich nur spekulativ. Wir haben das auch mal versucht, über die Hauptganglängen und Gesamtganglängen darzustellen. Also der Hülle besteht ja aus dem Hauptgang und zwei Nord- und einem Südgang. Also die obere Graph zeigt uns die Gesamtganglänge der Hülle an. Also die sind teilweise gar nicht so ohne. Wir hatten auch Ende der 80er-Jahren teilweise über 650 Meter Gesamtganglänge. Also das ist für eine Eishülle schon sehr bemerkenswert. Interessant ist eigentlich für uns eigentlich die Hauptganglänge, die im Endeffekt auch die Länge des Eisfeldes widerspiegelt. Und ja, es ist ja in der letzten Zeit immer mehr runtergegangen. Auch hier die ausgleichende Gerade und da sind wir also bei 25, 30 Jahren, bis ich das dann unter Anführungszeichen asymptotisch an die Achse anschmiegen werde. Ich habe euch vorhin noch ein paar Bilder gezeigt, wo wir mit dem Handscanner gearbeitet haben. Ich hoffe, dass das auch ganz gut jetzt auch in der Präsentation wiedergibt. Also der Handscanner arbeitet zwar noch im Dezimeter-Bereich, aber wir sehen hier im Endeffekt den Hauptgang, wo jemand reinläuft. Diese ganzen Punkte, wo man jetzt hier so sieht, das sind die ganzen Wassertropfen, die von der Decke runtergetropft sind. Und hier in der Mitte des Bildes ist ein Wasserfall gewesen und ein bisschen weiter hinten links war ein zweiter. Deswegen haben wir eine hohe Anzahl von Wassertropfen und das konnte man aber in der Ausgleichung nicht wegretuschieren, sondern das Programm hat es einfach durchgerechnet. Hier sieht man dann nochmal den hinteren Teil. Man sieht ja sehr schön die Fließfacetten und auch die Auskalkungsbereiche. Und auch links sieht man jetzt auch so eine Person da stehen. Und man kann, wie gesagt, mit diesen ganz, ganz einfachen Mitteln mit so einem Handscanner da reinlaufen. Gut, der Scanner hat halt die Eigenschaft, der kostet so gute 90.000 Euro ohne Software. Ist jetzt aus geodätischer Sicht eher mal ein günstiges Messinstrument, aber für die Höhlenforschung noch zu teuer. Aber ich kann euch hiermit schon aufzeigen, dass die Entwicklungen langfristig im Gange sind, die das alles entsprechend verkleinern werden in der Technik und in Formaten und damit auch uns die Möglichkeit geben, unter Tage online, in situ, die Gangpassagen in Höhlen aufnehmen zu können. Das ist nochmal so eine Darstellung jetzt von dem Schlauch mit diesem Handscanner. Man sieht dann auch sehr, sehr schön, wie das dann so nach oben, so nach Schlote, dass es sich dann nach oben freischmilzt, so kolkartig. Also da hat man natürlich ganz andere Möglichkeiten und Genauigkeiten auch später für die Interpretation der Genese von Höhlen allgemein. Das sind die ersten Aufnahmen, die Auswertungen von 1921 und 2022. Das ist der erste Screenshot. Man sieht sehr, sehr schön eigentlich, dass 1921 noch mehr Eis vorhanden war, während rechts halt 1922 das alles sehr, sehr stark ausgearbeitet und sehr abgeschmolzen ist. Das ist nicht ganz maßstäblich gleich, aber ähnlich. Das war jetzt nicht anders möglich, jetzt hier in der Darstellung im PowerPoint, aber euch um ein Gefühl zu bekommen, wie stark sich das verändert hat und in was für Bereichen. Schauen wir uns die Eismassendifferenzen an, die bis 2019 bekannt sind. Wir hatten in den 50er bis Anfang der 60er Jahre schon mal das erste Mal fast 350.000 Kubikmeter Eis, wo die verschwunden sind. Es gab in den 60er bis 70er Jahren noch mal einen Zuwachs bis 73. Aber von 1973 bis 2017 ist uns dann noch mal fast eine Dreiviertelmillion bis eine Million Kubikmeter Eis verschwunden. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ja alles das Wasser, das in dem Eis gespeichert ist, was dann sozusagen in den Vorfluter abfließt und dann teilweise auch Hochwasserereignisse in die Niederungen vorbeifließt und teilweise zu Hochwassern führt. Es gab dann, wie gesagt, 2018, 2019 den Eismassenzuwachs und wie jetzt die zwei Auswertungen für 19, 20 und 21, 22 ausschauen wird, das kann ich euch jetzt noch nicht sagen, aber ich hoffe, dass ich in den nächsten Wochen spätestens zur Tagung dann neuere Daten, Material zur Verfügung habe und euch das dann vorstellen kann. Wir haben es gerade gesehen, gerade wie gesagt, 14, 17, die Fläche hat sich leicht vergrößert, die Mastendifferenz negativ, 17, 19 war die Mastendifferenz sehr positiv, 19, 21 ist wieder kleiner geworden und das ging, wie gesagt, bis 22, aber grundsätzlich ist die Lage der Ostwand natürlich ein wichtiges Element. Die Eiskapelle wird grundsätzlich immer in einer Art und Weise vorhanden sein. Es wird sich halt immer nur zeigen, in was für einer Größe und Dimension. Einer der wichtigsten Elemente ist natürlich auch, wie viel Niederschlag wird es im Winter geben und wie schnell verschiebt sich die Nullgradgrenze nach oben. Es gibt auch noch einen biospilistischen Part an der Eiskapelle. Seit gut zwei Jahren versucht der Nationalpark Berchtesgaden einen Gletscherfloh nachzuweisen. Da hat man jetzt hier auch so Fallen aufgebaut und eine Versuchsanlage, den zu beobachten. Also es soll hier auch Tiere geben. Also wir haben hier im Randbereich der Eiskapelle witzigerweise auch einige Schlangen schon beobachtet und auch Schlangen heute. Es soll aber, wie gesagt, hier so einen Gletscherfloh geben. Ich habe es selber noch nicht gesehen, aber vielleicht können wir auch hier mal einen wichtigen Beitrag für die Biospelologie in der Eiskapelle leisten. Wie geht es weiter in der Eiskapelle? Klar, wir werden jetzt ja wieder weitermachen im Oktober. Jährliches Monitor, ein Standardprogramm. Damit werden auch die Hangbewegungen weiter beobachtet. Das Befliegen mit der Drohne ist ein Standardprozedere geworden, spart uns Zeit. Und was gerade bei mir so ein bisschen im Hintergrund ist, ich versuche gerade jetzt ein Projekt mit dem Park zu machen, mit einer Zeitraffer-Kamera. Das ist ein schwieriges Thema wegen Rechte, dass da keine Leute drauf sind, die nicht abgebildet werden wollen oder so. Aber trotzdem ist die Idee, da hinten einen kleinen Masten aufzustellen, der auch dann online fähig ist, um die Eiskapelle beobachten zu können und das dann entsprechend in Zeitraffer-Animationen darstellen zu können, wie sich das alles verändert, im Positiven wie auch im Negativen sind. Ja, das Alter und die Pollenanalyse hat leider bis dato noch nicht stattgefunden. Da hat sich auch keiner dazu gefunden. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der da mal auch Interesse hat. Der kann sich bitte gern bei uns mal melden. Und grundsätzlich ist natürlich das Objekt immer ein Objekt, wo wir halt einfach das zur Erprobung von neuen Technologien verwenden. Sie mit den ganzen Vermessungsgeräten, unter Tage wie über Tage. Und das ist auch für die Studenten immer eine schöne Zeit, da hinten ihre praktischen Arbeiten durchzuführen und macht Spaß und hat auch einen sinnvollen Hintergrund. Wir sind gerade dabei, das ist natürlich langfristig in die Karsten-Hülle-Reihe vom Verband Deutscher Hülle- und Karstforscher einzubringen. Das ist ein Projekt, das noch ein bisschen länger dauern wird. Der Friedhard wird noch ein bisschen warten müssen, bis wir das Skript fertig haben. Aber die Eiskapelle wäre es wert, dass man da, auch wenn das nur eine Dokumentation des Niedergangs oder das Verschwinden eines Sketchers oder einer Eishöhle dokumentiert, aber trotzdem sollte es entsprechend mal auch in einer Publikation Niederschlag finden. Wenn jemand Interesse hat, wir sind am 21. Oktober wieder hinten. Wir treffen uns immer mit dem ersten Schiff in Königssee. Mit dem ersten Schiff bitte pünktlich dort sein. Es ist meistens immer sehr voll um die Zeit, weil es landschaftlich in der Herbstfärbung sehr schön ist. Also es sind relativ viele Wanderer und Touristen unterwegs. Wenn also jemand Interesse hat, bitte bei mir melden und dann kann er gerne dabei sein. Ja, das Ganze ist natürlich nicht bloß jetzt durch meine Person entstanden, sondern es ist ein langfristiges Projekt, wo auch viele Personen beteiligt waren. Ganz klar Nationalparkverwaltung, Berchtesgaden, die uns hier immer auch nicht nur mit Genehmigung, sondern auch mit Logistik, sprich Schiff. Wir haben hinten die Hütte, wo wir bekommen und sonstigen Daten, wie meteorologischen Daten, zur Verfügung gestellt bekommen. Die ganzen Scan-Geschichten wurden anfangs von der TU München unterstützt. Seit 2014 übernimmt es die Hochschule München mit uns in Kooperation. Die Karlsruher Institut für Technologie war auch schon mal 2018 mit einem Scan beteiligt. Die Bergwacht Bayern unterstützt uns regelmäßig mit Manpower und Material. Verband Deutscher Höhlen- und Castforscher beziehungsweise Institut für angewandte Cast- und Höhlenforschung finanziert auch teilweise die Befliegungen, die wir uns dann zwei, dreimal konnten wir keinen Absolventen gewinnen. Aber um die Daten zu sichern, ist der Verband hier eingestiegen. Auch herzlichen Dank. Und natürlich auch den unzähligen ehrenamtlichen Helfern, die da immer seit 1984 dabei sind. Es ist ja immer eine schöne Tour oder es sind mehrere Tage, wo wir unterwegs sind. Landschaftlich sehr schön. Und ja, ich kann es auch mal ganz offen ein bisschen eingestehen. Wir gehen dann auch immer in den Fischermeister. Da gibt es einen ausgezeichneten Fisch und es ist unbedingt auch wert, auch kulinarisch das mitzunehmen. Zum Abschluss nur ganz kurz ein Bild von 2021. Da haben wir mal die Watzmann-Ostwand mit der Eiskapelle drauf. Und damit würde ich dann auch meinen Vortrag beenden und stehe natürlich für Fragen gerne zur Verfügung. Ja, herzlichen Dank, Andreas. Das war sensationell. Du hast mich ja schon geoutet als Fan der Eiskapelle. Ich finde es immer schön, da zu sein. Und ihr habt es bestimmt gemerkt, ich war nicht nur einmal da. Ich war schon öfter dabei. Und ich kann es euch nur empfehlen. Es ist wirklich sehr schön da. Und ihr seht ja, dass es vor allem auch jedes Jahr neu und jedes Jahr spannend ist. Wir hatten im Livestream Zuschauer dabei, aber bis jetzt wurden noch keine Fragen gestellt. Also offensichtlich hast du alles vollumfassend beantwortet. Ja, mir fällt jetzt eigentlich auch keine ein auf die Schnelle. Mir hat es immer gefallen. Es war immer total schön da. Ich hatte auch immer das Glück, dass bis auf einmal ein bisschen Nieselwetter wir immer Glück hatten mit dem Wetter. Ja, wenn jetzt aus dem Livestream keine Fragen mehr folgen, dann bedanke ich mich ganz herzlich beim Andreas für den superschönen Vortrag. Und würde euch alle einladen. Nächsten Monat wird der Friedhard Knolle einen Vortrag über den Fall Dr. Benno Wolf und die Folgen halten. Und dazu laden wir euch natürlich alle wieder gerne ein. Dann und außerdem, na ja klar, wir sehen uns in Breitscheid, hoffe ich jedenfalls. Und ich hoffe, ihr seid alle schon angemeldet. Und ansonsten vdhk.de da findet ihr alle Infos. Vielen Dank und bis demnächst. und bis demnächst. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.